Hätte ich jetzt noch mein iPhone, das gut funktioniert, also das Neue. Ich habe keinen Zugriff mehr auf iCloud, da würde ich öfter Naturvideos machen. Hätte ich noch einen Zugriff auf meine alte, also auf focusstrategie.gmail.com, da würde ich auch dort. Ich habe auch keinen Zugriff auf flammer.chala.baruti.ca, auf die E-Mail habe ich schon über ein Jahr keinen Zugriff. Aber focusstrategie.gmail.com habe ich seit dem 1. Februar 2023 nicht mehr Zugriff. Fschall.gmx.ca benutze ich nicht mehr seitdem. Und über das habe ich auch die iCloud. Das ist mir später gelten, sehen wir das? Da bin ich halt. Da würde ich viel mehr Naturvideos machen, leidet es halt nicht drin. Wie sieht es halt so? 11.59? Ja. Ich weiß nicht, wie es sich dreht. Das ist mir schnell auf.